Brauchst ein Pflaster? Meiner. Jedenfall, äh... Hatze. Hatze. Gott. Geblieben. Das ist der Waffenexperte hier nicht. Na danke. Das war vor seiner Zeit. Achso, okay. Nee, ich kenn die nur mit Stangenmagazin, aber... Ja, wo ein Stangenmagazin rein passt, passt auch hier mit die Trommelmagazin rein. Hilfes Smoker? Kommt nicht an die Krab. Danke. Ah, runter, runter. Danke. Das ist so... Ja, das wird nichts. Nicht gesehen. Keine Muni mehr. Du musst du mal aufhören, auf mich einzuschlagen, danke. Das war's. Yay. Es wird dunkel. Habe ich gut gemacht. Nein. Also hättest du es gut gemacht, hätten wir es überlebt. Das Auto hat aber nicht irgendwie geleuchtet oder so. Nur weil du es nicht gesehen hast, heißt das nicht, dass es nicht so gewesen ist. Mann, er behauptet von sich, er sei ein Pro-Gamer. Behauptet ihr? Na? Nein, das ist so. Oh was, und dann schießt er das Auto an. Überhaupt nicht wahr. Woll. Ich bin da pro unserer Gruppe, das heißt aber nicht viel. Dann meckerst du dann aber bei uns rum, dass wir nicht auf dem Level sind von dir. Ich gebe mich jedenfalls Mühe. Das Auto an. Wir geben uns auch Mühe. Du zielst bewusst auf alles, was explodieren kann und vergisst Munition mitzunehmen. Ja, kombiniere. Du gibst dir Mühe. Ja, siehste. Und wie sieht das aus? Dann seh nicht nur ich das so. Wie sieht das aus, wenn du mal einen faulen Tag hast? Oh, das wirst du gar nicht wissen. Ich bin dauernd. Oder noch nicht? Du bist nur hingefallen. Du konntest aber noch aufstehen. Hunter, Aua. Immer dasselbe hier mit dem Hunter. Ja, Hunter magisch. Hä? Du bist elegant an dem Trailer hier vorbeigesprungen. Ich hab mir ein Bein gebrochen. Weil mir irgendwer im Weg stand. Irgendwie vorbeigesprungen. Naja. Ich bin dir nur hinterher gesprungen. Wundert mich grad selber. Ich bin gesprungen und in der Luft war mir irgendwas im Weg. Wahrscheinlich die unsichtbare Wand von dem Schienenwagon hier. Gehen wir. Tank. Ja, ich hab schon. Ich hab noch irgendwas. Ich bin wirklich gebrochen. Ich bin wirklich gebrochen. Kommt bestimmt da gleich um die Ecke. Ja. Jo. Jo. Perfekt. Jo. Jo. Und Charger natürlich. Kann sein dass das immer schwerer wird? Nein. Wir stellen uns nur immer döver an. Das ist es. Was will der bei mir, was will der bei mir? Mit dir kuscheln. Nur mit dir spielen. Jetzt ist er down. Hey, ich hab den Tank überlebt. Das ist ein Fortschritt. Wenn ein kleiner, aber ist ein Fortschritt. Hier liegt ein Sturm. Nehm ich mal, weil ich so wenig Money habe. Ohne noch. Und nicht aufs Auto gehen. Auf welches Auto? Es blinkt nicht da hinten? Ja, schießt dich mal drauf. Seht ihr? Es blinkt nicht. Oh doch, es blinkt. Von innen. Dümmt, von innen leuchtet es rot. Aber die Scheinwerfer blinken nicht. Das ist ungewöhnlich. Die Scheinwerfer blinken selten. Die sind nun mal kaputt. Das macht Sinn. Es blinkt meistens immer nur von innen. Keine Money. Doch. Ja doch, doch. Ich will nicht Money. Aber bloß raus, bevor er... Zeit zum Verarzt. Ich kenne das so, dass die Autos hier auch von draußen blinken. Bin down. Ähm. Ähm. Dass ich aus dem Raum rausgelaufen bin. Ja, ich habe es vorher schon gesehen und bin gleich weg. Ich habe es nicht gesehen. Er freut sich trotzdem. Yay, wie ich mich freue. Okay, es waren nur vier Leben, aber es geht ums Prinzip. Das Prinzip ist kacke. Stop. Char-Cha? Ja. Ja, Char-Cha ist irgendwo. Jetzt nicht mehr. Der Käpt'n ist doffen, doffen. Der Baum ist doffen. Der Baum ist doffen. Gib mir Deckung. Deckung. Okay, für nix. Danke. Du bist schon gut. Schon gut. Du bist durchnauen. Ja, Char-Cha! Ja, Char-Cha! Alles klar. Hab dich. Mann, dich mit mir schlafen. Witch auch noch? Im Gebäude bist du wahrscheinlich? Ich bin grau. Ich glaube, die ist eher draußen. Ja, er ist grau. Na, K. Er ist nicht schwarz, er ist grau. Wissen wir nicht sowieso? Hätten wir nicht auch unten rum langlaufen können? Ja, wir müssen ja unten langlaufen. Ja, müssen wir. Ja. Ja, irgendwie so ist das. Na, Medipack zufällig? Ne. Ne. Vorsicht! Nur Molly, aber ich halte dich nicht so gut. Was bitte? Du könntest die Wunden kautarisieren. Auf eine brutale Art und Weise. Bitte! Pass auf! Das ist es sowieso immer. Das stimmt. Ah, da liegt die Witch. Wo denn? Da müssen wir auch gar nicht lang, glaube ich. Dort, da müssen wir. Wir müssen in das Haus. Wunden geht's nicht, nein? Nö. Ich habe mich geopfert, fürs Team. Wieder ein Charger? Oh, ich glaube es nicht. Und er hat mich und ich bin down! Yay! Da kommt Freude auf! Boah! Ich bin tot! Hey! 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 Hätte nix. Ach ja, die Szene. Äh. Ich fühl mich. Nee, der ist Easter Egg an Braindead. Der Film. Das hier. Warte, warte. Wo? Echt Film? Braindead. Wo am Ende des Films jemand diesen Rasenmäher nimmt und durch die Zombie-Horde damit geht. Okay. Deswegen ist das hier. Okay. Ist ein Film von Peter Jackson. Ich meine, das ist eine Ersten. Sehr sehr merkwürdig. Aber naja. Nicht jede Ersten Filme können super sein. Dann, er ist nicht schlecht. Aber merkwürdig. Äh, abgedreht ein bisschen. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Weißt du mal, wie es ist. Aber merkst du dieses befriedigende Gefühl? Nein. Nur, dass ich damit zwar missgekehrt habe. Dann hast du es nicht richtig gemacht. Dann musst du es nochmal machen. Hast du versagt. 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 Oh, Noob. Versagt. Hilfe. Noob. Lassen sie sich zum Schutzraum. Hinter dir. Was ist das? Wo? Ich hab schon. Weil du zu lahm bist. Hab mich so nicht angesprochen gefühlt. Ja, toll. Hinter dir ist Spitter. Da kann ja jeder mit gemeint sein. Ich hab nicht Spitter gesagt. Äh, Hatta. Sorry. Alles das Gleiche. Ich bin down. Lauf doch vor. Lauf doch vor. Lauf doch vor. Bin dabei. Bin dabei. Ja. Ich hab ihn gebt. Wer's das läuft. Wer's das läuft. Lauf schneller. Nicht am Smoker hängen bleiben. Humpel schneller. Humpel schneller. Du hast mich außer Gefecht gesetzt. Es war nicht mit Absicht. Ich komm da nicht rein. Bring. Warte zu. Bring. In die. Was? Mit drin voll, ey. Spiel will mich tot sehen. Ich mit drin. Na ist drin. Sehr schön. Na ist drin. Na ist mir schlecht. Yes. Wir haben's wieder geschafft. Dem Hasen ist wieder schlecht. Du bist in meine Pipebomb gelaufen. Bam. Am meisten Schaden. Und warum? Richtig. Wegen der Nahkampfwaffe. Und warum? Da am meisten Schaden? Richtig. Wegen der Nahkampfwaffe. Wegen der was? Nahkampfwaffe. Nahkampfwaffe? Nahkampfwaffe. Meine Güte. Bist du dir sicher? Relativ. Ey. Könntest du die Witch auch mit der Shotgun umnähten, ohne dass sie aufsteht? Nein, kann ich nicht. Sie ist ja aufgestanden, deswegen. Ich hab's auch noch nicht hinbekommen. Die schöne Stelle hier. An die erinnere ich mich sehr gerne mit einer bestimmten Person zurück. Bin ich doch im Medikit? Person, dessen Name nicht genannt werden darf. Nee, das ist ein Medikit hatte ich genommen. Hast du? Weil ich halt kein Leben hatte. Hallo? Ja, hi. Hi. Wo? Ist hier so ein Hi. Ich hab's nicht mit Zombies um euch rum. Das ist nicht Battlefield 4, hier gibt's kein Hi. Ja, hab ich nicht ganz präzise getroffen. Hä, 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 hä. Wahnsinn. Mensch. Ist das denn wahr? Ja, da hinten kommt die Horde. Ja, aber hier ist doch nix. Hier kann ich doch. Prinzessin. Alter, Charger, alles. Charger! Einfach mal umdrehen und nachschauen, wie es den Verbündeten geht. Ach nein, lauf doch einfach mir hinterher. Fertig. Ja, was bringt das, wenn wir dir hinterherlaufen und vorhin die Zombie-Horde kommt? Dann kommen wir auf jeden Fall nach vorne und haben vorne einen freien Weg. So haben wir hinter uns die Zombie-Horde, müssen die erstmal erledigen und ist vor uns dann wieder alles zu mit Zombies. Oh, Witch. Wenn du auf dem Weg nach vorne anständig clearen würdest, könnten wir auch hinterherlaufen. Aber du lässt ja so viel übrig. Ja, ich kann mich ja nicht um jeden Scheiß kümmern. Die sitzt hier direkt auf dem Weg. Du, Puls, und wir müssen uns darum kümmern. Ich mach das. Halt auf euch jetzt, ihr zu beschweren, Witch. Sorry. Hey. Ja, das war anders geplant, aber... Seit wann haut die zwei um? Natürlich. Äh, das... Oh, Jockey, Jockey. Ich hab den Captain umgeschossen. Er ist mir vor die Flinte gelaufen. Ah, okay. Ja, weil ich zur Witch rennen wollte. Danke, ich halte mich mal kurz. Und da war aber ein... Smoker. Ja, ich hab auch auf ihn geschossen, aber... Du bist mir gerade als ich mich heute direkt davor gelaufen. Also, lass es. Das Laufen? Ja. Ach, die Szene ist das... Äh. Hahaha. Klasse. Ich lauf jetzt einfach. Hunter. Uma? Super. Gut. Yay. Hey. Ah, wieder alles abgekriegt hier. Naja, wenn ich auch die Captain anzünden muss. Mh, ne Betonung auf muss. Jockey. Jockey, Jockey. Ja, das steht in der Stellenbeschreibung so. Down. Wie kommt? auch gleich. Jockey, Jockey. Ich hab schon jetzt wieder alle retten. Jockey, Jockey, Jockey. Jockey, Jockey. Jockey. Jockey, Jockey. Jockey, Jockey. Jockey, Jockey. Und ich war ganz los. Ich bin grau. Das gleiche richtig tot. Tot. Oder nein, umgefallen. Oder jetzt tot. Und auch tot. Lauf. Ich könnte kübeln vor Glück. Ja, wenigstens ist es glücklich. Wir haben es geschafft. Mh. Könnte schlechter aussehen, ne? Definitiv. Also, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Äh. Wo sind das letzte Medikit? In der Ecke. Ja. Hat er. Also wirklich, Luis. Ja doch, ist ja gut. End WOODRUFF. Ja.